Was bist denn du für ein Vogel? Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens. Während der Schulzeit war ich unsterblich in Marie verliebt. Aber nach 10 Jahren erinnert sich keiner mehr an den Freak aus der letzten Reihe. Ja, heute noch. Tisch frei. Ich hätte schon was Vernünftiges hier. Ich hab Jalami. Das macht 34,80. Ey, Spatzenhirn. Ich hab gesagt, ohne Anchovies. Die zahle ich nicht. Sei kein Arsch, Oscar. Das macht er immer so. Der Rest ist für dich. Was spinnst du? Und Mr. Anchovie legt nochmal 100 drauf, wenn du mir die Prüfungstragen besorgst. Rechtswissenschaften-Ventula. Die Welt braucht keinen Retter, aber jeden Tag höre ich die Menschen nach einem rufen. Wie bitte? Das ist aus Superman. Ja, das ist Ausatmen. d